Äh, ja, Hallihallo im Landesscreen und in der Video-Sefans. Und tschüss. Hi. Ein zweites Raccoon City. Mehr habe ich nicht für Sie. Und jetzt brauche ich Ihre Hilfe. Ich brauche alle Infos über die Kathedrale. Mir sitzen die Schlipsträger im Nacken. Schlipsträger? In diesem Fall... Derrick C. Simmons, der nationale Sicherheitsberater. Festhalten. Oh-oh. Nein! 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 Hilfe! Du mieses... Weg von mir! Du misst! Auf die Krämpfe, Seele! Don't fucking aim for the head! Ich werde dich aber gerade abgebissen. Hilfe! Ich werde dich aber gerade abgebissen. Hilfe! Ich werde dich jetzt runter gehen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ein schwarzes Bild. Ah! Ladevorgang. Zeit ist etwas zu trinken. Mhm. Zombies sind extrem feiert. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! LKW! Äh! Ja! Aneinander festhalten, auch cool! Wie sind wir da raus gekommen? Durchs Fenster geflogen Heiliger! Der Infektion entkommen Nur um dann so zu sterben Wir können nicht länger hierbleiben Wir müssen weiter zur Kathedrale Mir kommt das irgendwie so vor, als hätte sie hier Im PC gedöhnt Ein anderes Gesicht als Auf der Konsole Ich weiß auch nicht Vielleicht ist es einfach nur grafisch besser detailliert Meinst du? Ist normalerweise so Weil PC einfach bessere Grafik auffahren kann Als die Person Jaaaa Aber irgendwie trotzdem Irgendwie sind wir immer noch am Leben Das Gesicht wirkt irgendwie anders Wir schlagen uns über den Friedhof zur Kathedrale durch Kann aber nicht mal sagen, was genau es ist Sieht anders aus Nicht nach Helene Äh... Friedhof? Im Ernst? Äh... Wir haben offenbar Glück Aber wir sind ja auch auf dem Weg zur Kathedrale, ne? Glocken ICH Nimm da mal 2 Pistolen Wow, da, da, da Der ist schlecht HÖH DER HATte ne Scheufe Was war das? HÖHÖHÖHÖHÖHÖHÖHÖHÖHÖHÖHÖHÖHÖHÖHOHÖHÖHÖHÖHÖÖOHÖHÖHÖHÖHÖHÖHÖHÖHÖHÖHÖHÖHÖHÖ lambast Ist hier nochmal 3, ja Fähigkeitspunkt So Lokant Ich liebe das hier. Ok, es hört sich komisch an, wenn ich sage, ich liebe es auf dem Friedhof, aber... Oh 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 oh! Wo bist du denn? Ich bin in deinen Grab reingefallen. Danke sehr! Was für den Tag? Da sind Leute! Ist er tot? Ja, ist tot. Guckst du da auf oder raus? Ja. Aber ich bin nass. Von oben bis unten. Es regnet. Ich bin trotzdem nass. Also jetzt garantiert auch bis zur Unterhose nass. Oh, Astin! 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 Damit mir noch kälter wird. Ja, nie. Ist klar. Hier ist noch ein Grab. Ja, so viel zu empfehlen. Wann auf den Kopf? Ich stirb. Dafür sind hier Fertigkeits-Gruppen. Ich komme da nicht rein. Willst du da nicht rein? Nö, nö. Sicher? Also wenn du ne richtige Badewanne hast mit warmem Wasser, dann hüpfe ich gerne zu dir in diese Badewanne. Ah ja. Ne, 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 ne. Und in das nächste Draben. Wann machst du denn auch? Oh! Oh! Warum ist hier überhaupt nicht so? Störe ich die hier? Munition? Hallo, wir sind auf einem Grab. Auf einem Friedhof? In einem Grab? Ja, auf einem Friedhof. Auf einem Friedhof, so. Aber es könnte doch gut sein, dass da schöne Dinge drin sind in dem Kopf. Weißt du? Naja. Puh! Doch, dezent erschreckt. Es beißt. Was macht die creepy Musik gerade? Gut, dass ich keine Musik habe. Hast du es nicht gehört? Ich hab keine Musik. Ganz leise im Hintergrund. Nein, ich hab keine. Meine ist komplett auf Null. Hast du? Gehen wir und so. Ach, das ist doch... Halb so wild. Da kommt schon wieder einer mit einer Schaufel. Ich glaub da möchte dir einer kleben. Da hinten ist ein Hund. Digne... Okay, ist tot. So, erstmal gucken, ob wir hier rein können. Hey, da unten rennt was. Ich hab hier die Tür mal aufgemacht. Ja. Ich will einfach gucken, was sich da bewiegend hat. Oh, hier scheint nichts zu sein. Oh. Was da? Hey, da ist ein Emblem. Komm nochmal zurück. Kann grad nicht. Warum? Ich hab ein Zombie vor der Nase. So, wo ist ein Emblem? Äh, moit. Muss nochmal zurückkommen. Hier war erstmal eine Brandgranate drin. Oh, 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 oh. Und hier ist nämlich noch eine weitere Tür. Da sah sie mir nicht so gefallen hier. Wo ist ein Emblem? Man muss hier um den Zaun irgendwie rum. Oh Gott, hier ist schon der nächste Schaufel. Au! Hat er dir eine Schelle gegeben? Aber sowas von! Ne, hinter dem Zaun hier ist es gewesen. Geil, ich seh's. Echt? Ach da. Hä, aber meins hing eben, glaub ich, an... ...was anderem. Egal. Oh, da, 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 Zombie. Headshot. Wollen wir zu dem Haus wieder hochgehen. Da war nämlich noch eine weitere Tür. Oh, das hat gesessen. Voll in die Kronjuwelen. Wenn er welche hätte. Nein, aber ich mein, ich hatte hier noch was gesehen. Kannst ja wieder hochgehen. Ich guck mich um. Ne. Ich lau mich wieder zurück. Ich will noch mal in das Grab hier rein. Ach so, da war ich schon drin. Helen. Hier drüben. Hallo. Na los. Helen. Schnell da, Zombie. Mein Gott. Zwei Zombies. Ich komm doch schon, aber ich komm hier zu schnell. Und wo zur Hölle? Ich bin hier im Haus. Hi. Und hier ist nämlich die Tür, wo wir uns zusammenbauen. Auf dem Schrank, bei dem Bett, also auf dem Nachttisch ist nur eine Brandgranate. Ach da. Und dann halt hier die Tür. Sollen wir die Tür wieder zumachen? Nein, natürlich nicht. Hinter uns ist ein Zombie, oder? Da kam grad ein Zombie, ich hab's gesehen. Ich hab's nur gehört. Oh Gott, oh Gott ey. Mist Vieh. Tschüss Goethe. Da laufen wir rein. Oh Munition. Ein Millimeter Munition. Klo ist immer was spannendes. Der ist doch halb gar, oder? So. Toll, dafür hat er... Hi. Oh, er hat den Schlüssel. Der hat den Schlüssel. Schlimmeres, als einen Hund über den Friedhof zu jagen. Ja, das könnte andersrum sein. Hahahaha Hahahaha Fülse. Hey, dahinten. Oh. Ist auch nicht dahinten. Äh... wir sind wieder da, wo das Emblem war, glaub ich. Hinter uns sind Zombies. Lauf einfach weiter. Du solltest dich heilen. Ich kann nicht mich heilen. Hast du Heilung bekommen? Ja, eine, aber Moment. Erstmal werde ich vom Hamsterfleisch das aufbringen. Ich hab dich angesprüht. Hey, ich hatte gerade noch Sachen geholt. Der Köter ist tot. Dann mal auf zur Kathedrale. Mach schönen Sitz. Sitzplatz. Na, aus welchem Teil war's? Mach schönen Sitz. Gott, da fragst du was um diese Uhrzeit. Der Zweite. Weiter? Wo müssen wir denn hin? Ich dachte gerade, da hängt ein Zombie so merkwürdig im Zaun, aber das ist eine Statue gewesen. Ne, wir müssen irgendwo hoch. Wo kommen wir denn hier hoch? Vorsicht, Zombie. Schaufel. Hinter dir. Hä, was? Ach ja. Oh? Wieso bin ich geslide? Ich hab zum Beispiel so eine Art Spiel Tackle, wenn ich Sprinte und Angriff mache. Da liege ich einfach, weißt du? Ja. Und bleib auch noch liegen. Schaufel! Nicht mehr Schaufel. Warte, ich muss das nochmal ausprobieren. Wenn ich Sprinte? Ja! Das braucht wirklich nicht später, fällt mir gerade wieder ein. Hier sind viel zu viele Tote. Ne, aber wenn du nämlich Sprintest und dann rechte Maustaste drückst, dann slidest du. Hier war der Bus. Wir müssen hier irgendwo abbiegen. Wir folgen einfach den Weg. Weißt du, da will man Munition sparen, weil man nur noch 22 Schuss extra hat. Und dann... Warte mal, hier ist mal ne, äh, ne Pflanze. Hast du den gerade voll hart? Ich war gerade ein Zombie am Verprügeln. Wo ist denn Pflanze? Bei mir ist hier ne Pflanze. Bei mir nicht. Deswegen musste ich gerade mal... wieder was machen. Köter. Da kriecht einer auf allen vierern, meinst du den? Ne, ne, dahinter ist noch ein Köter hinter dem Raum. Nein. Wo ist der Hund denn jetzt denn? Da. Da ist er tot. Gut. Und er hat Munition getoppt. Und er hat Munition getoppt. Das hier war? Ja, hier war's. Ne. Bist du bei mir? Hinter dir. Okay, wir sind drin. Oh. 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 Was? Es ist nichts gebrochen. Gut. Ich glaube kaum, dass sie wegen mir umkehren dürfen. Wer weiß. Wir sehen uns bei der Köter dran. Ich muss sagen, das hier kennt mich doch gar nicht so, weil ich immer Leon gespielt hab. ja. Wir sind eigentlich wachland. Köter Keule. Ja. Ich habe grad nur keinen Plan, wo ich hier lang, äh hier lang muss. Einfach den Weg folgen. Wenn es ab zwei gewünscht ist, darfst du in einen Weg zu Ende laufen. Ich mache gerade auch so. Oh, hier ist eine Tür. In die ich nicht reinkomme. Okay, damit hat sich das schon erledigt. Du scheiße, das sind ja zwei Schreihilse. Hast du wirklich Glück? Ähnliches Glück habe ich ja auch. Einer ist tot. Gott, du bist ja ein normaler Zombie. Ah, verdammt! Er beißt! Hi. Oh, klick, klick, klick. Und das ist los, ein Schleierhals. Dann hat er Fähigkeitspunkte verloren, ja. Puh! Puh! Aber warte mal, bei mir war das... Hallo! Ich will ja mal kurz gucken, wo der hingeführt hätte. Na vielleicht. Hey! Hatte der was? Ja, der hatte was. War das hier? Hier bin ich dem ersten Schleierhals begegnen. Achso, hier ist ein Sacker-Senator. Deswegen dachte ich, das wäre was Tolles, aber... ...hoffenbar nicht. Äh, ich bin direkt zwei Schleierhalsen entgegengerannt, das fand ich nicht sehr lustig. Nee, bei mir... Der eine kam mir entgegen und der andere war halt um die Ecke. Ich glaube, ich lad alle Waffen mal nach. Was kommt der denn hier? Ja! Ey, wie wär's mit, ich lad mal nach, nachdem ich dreimal gedrückt hab? Danke. Guck mal, die Treppe hoch. Okay, so. Alles nachschlafen. Mann, ist es schön, Sie wiederzusehen. Danke. Sind wir jetzt endlich zur Kathedrale oder nicht? Gleich sind wir da. Ja. Endlich! Wir reden seit Anbeginn davon und jetzt sind wir gleich da. Ah, du siehst doch mal ziemlich heiß aus mit dem durchnästen Leder da, ne? Ah, ja. Hier ist noch ne Kiste bei mir. Da versucht er sich wieder einzuschleien. Zombies! Weiß wo. Kommt so ein Tür! Ist noch kein gesehen. Tür! Bin ja schon da. Ganz so stark. Hallo, ich weiß, dass jemand da ist. Aufmachen! Sind Sie irre? Die Dinger bringen uns um! Wir sind's doch nur. Schnell, lassen Sie uns rein! Ach du Scheiße. Die haben Feuer. Ja. Okay, okay. Wir erledigen Sie zuerst. Okay, okay. Das war cool. Ah! Das war nicht cool. Mir geht's gerade nicht bis Rauschen gut. Hat der nur Rüstung? Hörschenglappe? Ich will jetzt eine Witz an. Achtung! Wir kriegen Gesellschaft! Biel das Feld im Erz erst auf? Oh. I getan проблем! Ja… Nein… Der Anang! Endlich kommen die auch mal auf die CD, was zu tun. Hier ist ein infizierter, also ein mutierter, sagen wir so. Ich wollte gerade sagen, die sind aber alle infiziert. Zieh dich zurück und lass dich kommen. Komm zur Tür, so gut zur Tür. Da mutiert der Nächste. Nein, scheiße. Das ist nicht cool. Lauf erstmal ein bisschen rum. Oh Gott, hier kommt ein Schreihals. Na gut, na gut. Jetzt kommt endlich rein. Na ja, gute Rettung. Und? Ich setze viel auf Spiel für sie. Ich hoffe, ihre Information ist das wert. Aber ja, darauf verwette ich mein Leben. Okay, wir können rein. Komm zur Tür. Bist du? Ja, bin da. Aua. Ich hänge fest dran irgendwie. Nein. Ich leere. Mich hat zerlegt. Ah. Ah. Du hast mich von der Tür weggedrängelt beim Drücken. Das war voll verbuscht vom Spiel. Na super. Bösartig. Oha, wir sind bei einer extra langen Folge. Wir sind schon bei 24 Minuten. Okay, heute Special. Warte bevor... Ja, bevor du zur Tür gehst, warte. Willst du... Sünder platzieren? Ja. Ich glaub, das mach ich danach. So, ich hab eine. Platzier hier eine bei der Mülltonne. Kann man mehr platzieren bestimmt noch. Ne, nur eine. Okay. Okay, bereit? Moment. Hier ist nämlich noch... Alles nur Fertigkeitspunkte bei mir. Oh, nur Fähigkeitspunkte drin. Okay. Und... Tschüüüü! Ich hab ne neue gelegt! Momentan bin ich gerade da. Ich konnte meinem noch nix zurück. Fack! Rechts muss, rechts rechts rechts! espace Wo hast du die platziert? Da, wo sie vorhin alle rumgeblieben sind. Ich zünde... Aua! 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 Scheiße! Ich schnieg! Ich schnieg! Ich konnte mich nicht mehr befreien. Warte ich spreng meinen Sprengsatz. Obwohl wir laufen mal eine Weile hier hin. Ich steh mich zumindest mal eine Weile hier hin. Und jetzt weg hier. Sobald ich hier weg bin. Aua! Aua! Ich sterbe nicht. Das war nicht cool. Ich lieg hier in der Ecke. Aua! 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 Aua!